Hey, mein Name ist X7 und willkommen zu einem sehr kurzen Infovideo über meinen Lieblings-Crypto-Broker Bison. Die App hat nämlich am Donnerstag ein neues Update zur Verfügung gestellt und damit einige tolle neue Features dem Broker hinzugefügt, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Diese schauen wir uns heute alle der Reihe nach an und zum Schluss stelle ich noch zukünftige Features, an denen gerade gearbeitet wird, vor. Beginnen wir mit der größten Änderung. Es gibt zwei neue Coins, die wir auch hier direkt erkennen können. Ab sofort können wir über Bison nicht nur Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin und Ripple handeln, sondern auch Chainlink und Uniswap. Und ja, heute ist ein sehr guter Tag. Heute sehen die Kryptowährungen wieder sehr grün aus, was in letzter Zeit nicht häufig der Fall war. So, also wir können ab sofort Chainlink und Uniswap ganz einfach über die App kaufen und verkaufen. Nummer zwei, mittlerweile gibt es auch neben dem normalen Kaufen, wo unser Preis für ein paar Sekunden gesaved wird, eine Limit-Funktion. Also wir haben jetzt eine Limit-Order in der App. Dafür klicken wir einfach auf Kaufen und dann hier oben auf Limit-Order. Und hier können wir jetzt einen festen Preis setzen. Also sagen wir mal als Beispiel, wenn Bitcoin 40.000 kostet, dann würde ich entweder x Bitcoin kaufen oder ich gebe einen Betrag ein und sage, ich möchte dann für 25 Euro Bitcoin kaufen. Hier unten steht dann, wenn der Kurs bei 40.000 Euro pro Bitcoin oder niedriger ist, möchte ich Bitcoin kaufen und insgesamt nicht mehr als 25 Euro ausgeben. Das heißt, wenn ich hier den Preis eingebe, wird der Betrag nicht überschritten. Die Anfrage ist bis zum 30.12.2021 gültig, also 90 Tage. Sehr coole Funktion. Ich war mit der normalen Funktion auch schon sehr zufrieden, aber eine Limit-Order ist immer gut. Nummer 3. Zur Ein- und Auszahlung von Kryptowährungen stehen jetzt auch QR-Codes bereit. Dafür klicken wir auf Konto, scrollen ein bisschen runter, gehen zu Kryptowährungen einzahlen, auf Weiter und dann haben wir hier unten die Funktion zum QR-Code und dann könnte man ganz einfach den QR-Code scannen. Ich habe das zwar noch nie genutzt, aber hilfreich. Nächste Funktion, Nummer 4. Neue Reports stehen zur Verfügung mit monatlichen Kontoauszügen. Die finden wir unter Reports. Und früher hatte man die Möglichkeit, immer so einen Steuerreport, also den Inforeport, hier anfordern zu lassen und dann bekommt man für das jeweilige Jahr einen Steuerreport. Aber mittlerweile stehen auch einzelne Kontoauszüge zur Verfügung, was ziemlich nützlich ist und was eine coole neue Funktion ist. So, eine fünfte Funktion gibt es auch noch. Das Support hat nämlich einen neuen Anstrich bekommen. Dafür klicken wir einfach auf Support. Den finden wir hier unten. Dann klicken wir einfach da drauf. Dann haben wir einmal den Support hier oben und wir haben als zweites Feature-Anfrage einreichen. Das heißt, hier kann man jetzt auch Wünsche äußern, was in Zukunft an der App noch verbessert oder verändert werden soll. Zu Nummer 6 kann ich relativ wenig sagen. Es gibt nämlich jetzt auch die Widgets von Bison für Android-User, beziehungsweise ich kann sie leider nicht zeigen, wie die iOS-Widgets aussehen. Und dass ich ein großer Fan davon bin, das habe ich im letzten Bison-Video gezeigt, in dem ich fünf Gründe genannt habe, warum Bison besser als Trade Republic für den Kryptohandel ist. Das Video findest du hier oben bei dem i und auch in der Beschreibung. Das war es mit den Features, die aktuell neu in der App sind. Es gibt aber noch zwei Features, die sehr zeitnah kommen werden. Das ist zum einen Bison Web. In Zukunft ist man also nicht mehr nur an die App gebunden. Wir können dann auch irgendwann vom PC oder vom Laptop über den Desktop ganz normal die Bison App, beziehungsweise Bison Web nutzen. Und in Zukunft soll es neue technische Indikatoren für die Charts geben. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann hier eingebaut wird. Das wird dann wahrscheinlich im Web auch ein bisschen besser aussehen. So, zu guter Letzt gibt es noch zwei zukünftige Features, die schon zugesichert sind. Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis sie kommen, aber sie stehen schon fest, dass sie irgendwann demnächst in die App integriert werden. Und das sind zum einen Sparpläne, auf die ich mich persönlich sehr freue und auf die sich wahrscheinlich die meisten freuen und die sich auch sehr viele wünschen. Das heißt, wir können dann hier unten wahrscheinlich irgendwie einen Sparplan anlegen, dass man am 15. oder 16. des Monats oder immer am 1. oder am letzten des Monats einen festen Betrag jeden Monat automatisch in eine gewünschte Kryptowährung investiert. Was natürlich das Ganze kinderleicht macht. Ich mache momentan immer so manuelle Sparpläne, also ich gehe jeden Monat, wenn meine Trade Republic Sparpläne ausgelöst werden, in Bison rein und kaufe dann. Aber so spart man sich das Ganze, finde ich sehr gut. Und es wird ein Newsfeed über die einzelnen Kryptowährungen eingebaut werden. Das heißt, dann werden dann die neuesten Nachrichten über Bitcoin oder die anderen Kryptowährungen in der App integriert sein. Das wird bestimmt auch ganz cool. So, das war es mit den ganzen Features, die neuen und die geplanten. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin super zufrieden mit der App und freue mich über alle neuen Features. Wenn du jetzt an Bison interessiert bist, dann würde ich dir meine Tutorials empfehlen. Also mein Tutorial, wie man die App einrichtet. Da war sie noch hässlicher. Gleiches Prinzip, aber das Design war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so hübsch wie jetzt. Und auch mein Kritikvideo an Trade Republic Krypto. Also gerne mal reinschauen. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch einen Code für alle Neukunden. Damit bekommst du 15 statt wie früher 10 Euro automatisch in Bitcoin geschenkt, wenn du für 50 Euro irgendeine Kryptowährung kaufst. Also für mindestens 50 Euro. Der Link ist in der Beschreibung und auch in den Kommentaren. Damit würdest du mich und meinen Kanal unterstützen. So, das soll es gewesen sein. Deswegen, super neue Features, bin sehr zufrieden und freue mich immer über Neuigkeiten. Trade Republic hat ja jetzt auch angekündigt, dass es demnächst für alle eine Desktop-Version gibt. Bin sehr gespannt. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.